Zwillinge? Temptation Island Gigi bekommt von Onkel. Hat Luigi Birofio etwa einen Doppelgänger? Am Montag ging Temptation Island VI. P für den Realitistar zu Ende, der mit seiner Partnerin Michelle Daniox an der Show teilnahm. Gemeinsam wollte das Paar seine Beziehung testen und die gegenseitige Treue auf die Probe stellen. Doch das Vorhaben wurde zu einer echten Gefühlsachterbahn. Kurz vor Schluss hatte die Sendung dann noch eine Überraschung für den Teilnehmer parat, Gigi bekam Besuch von seinem Onkel, und die Ähnlichkeit ist verblüffend. Kurz vor dem letzten Lagerfeuer bei Temptation Island VIP durfte Gigi sich über unerwarteten Besuch freuen. In einer Villa wartete sein Lieblingsonkel Luciano auf ihn. Während die Freude bei den beiden groß war. Fiel aber vor allem eines auf, Luciano sieht seinem Neffen nicht nur sehr ähnlich. Die Fans fanden auch, dass er genauso spricht. Wir, wenn wir merken, dass Gigi und sein Onkel exakt gleich klingen. Wenn sie über Michelle lästern, schrieb ein amüsierter Fan zu einem lustigen GIF auf Twitter. Alles, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ist, dass Luciano Gigi zu Ich bin ein Starr holt mich hier raus, begleitet, meinte ein anderer User begeistert. Aber auch Gigi's Freundin Michelle durfte sich über Besuch freuen, ihre beste Freundin Vanessa. Bei einem privaten Gespräch kamen die beiden schnell auf Gigi zu sprechen. Auch Michels Freundin schien wenig begeistert von dem Verhalten des Italieners zu sein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.